Der seltsame Springensfeld erzählt in seiner Lebensbeschreibung, auf welche Weise seine Leierin das Vogelnest, von dem zu erzählen ich mir jetzt vorgenommen habe, von einem Baum hob, wie sie dadurch unsichtbar wurde, allerlei possierliche Händel anstellte und endlich um Leib und Leben kam. Auch erzählt er, dass bei ihrer Hinrichtung derjenige, der sich nach dem Nastüchlein, das sie bei ihrem Sterben aus der Hand hat fallen lassen, bückte, mit Leib und Seel, Haut und Haaren, Kleidern und allem verschwunden ist, sodass seither niemand erfahren hat, wohin er geflogen oder gestorben ist. Dieser verschwundene Kerl nun, werter Leser, bin ich, und in dem Nastüchlein steckte das erwähnte Vogelnest, das ich im Fallen auffing, in der Hoffnung, etwas von Geld oder dergleichen darin zu erschnappen. Hätte ich's aber nicht in der Luft erwischt, sondern auf die Erde kommen lassen, so wäre es mir nimmermehr zuteil geworden, zumal ich als dann weder das Schnupftüchlein noch das Nest selbst hätte sehen können. Als ich das Vogelnest in den Händen hielt, merkte ich aus dem Tun und Reden meiner Kameraden, der anderen helle Badiere, die mit mir ausgeschickt worden waren, das Gespenst oder die zauberische Jungfrau oder verfluchte Meerfee zu fangen, dass mich niemand sah. Nun hätte ich dies geringe und kleine Astgabel-Nestlein nicht mehr mit dem König von England gegen alle seine Königreiche und Provinzen eingetauscht, denn ich machte mir sofort darüber viel höhere Gedanken als Giges über seinen Ring, als er sich an den Hof des Königs von Lydien begeben hatte. Ich sorgte mich nicht mehr um Essen und Trinken, noch wie ich mich künftig kleiden oder wo ich sicher ruhen und schlafen würde, sondern ich stellte mir vielmehr einen so großen Haufen großmächtiger Glückseligkeiten vor, die ich durch die Kraft und Wirkung des Nestleins zu erobern dachte, dass ich mich selbst über mein Glück verwunderte und über meine Macht erschrak, zumal ich das elende Lebensende der Weibsperson vor meinen Augen sah, die dieses Nest vor mir gehabt und gebraucht hatte, wie ich dasselbe zu gebrauchen im Sinn hatte. Ich machte mir wenig Gedanken darüber, dass derjenige, der das alte Fabelbuch von Fortunatus seinem Säckel und Wunschhütlein geschrieben hat, nichts anderes habe sagen, tun und damit vormalen wollen, als der ganzen Welt zu zeigen, dass dergleichen wunderliche Dinge, durch die unsere vorwitzigen Begierden, anstatt völlig befriedigt, bestehen bleiben und die Gemüter mit eitlen Träumen anfüllen, keineswegs aber genügend zufriedengestellt werden. Am Ende nur alles Unglück auf ihrem Rücken mit sich bringen. Und es macht nichts aus, ob solch seltene und ungewöhnliche, außerordentliche Glückstücke, wie man sie nennen möchte, ihren Ursprung und ihre Wirkungen selbst aus den überreichen, aber doch noch vielen verborgenen Schätzen und Geheimnissen der Natur haben, oder vom Schadenfroh, dem Verderber und Erzfeind des menschlichen Geschlechts selbst an die Hand gegeben worden sind. Wie man aus der Erfahrung weiß, gebrauchen viele statt des fortunatischen Glückssäckels Allraunen, Diebsdaumen und dergleichen, und anstatt des Wunschtüchleins bedienen sie sich der Böcke oder vielmehr des Teufels selbst, der den einen oder den anderen nach ihrem Wunsch von einem Ort zum anderen trägt. Das alles aber lasse ich jetzt beiseite, damit ich allein von meinem Vogelnest desto unbeirrter reden und erzählen kann, wie mir sein Besitz bekommen ist, denn bei seinem Empfang habe ich nicht darüber nachgedacht, ob es mir zum Nutzen oder Schaden gereichen möchte. Als ich nun sicher war, dass mich niemand sah, blieb ich bei denen, mit welchen ich gekommen war, dasjenige zu verrichten, was wir damals ins Werk gesetzt hatten. Ich ging auch mit ins Wirtshaus, wo ihnen der Beauftragte des Herrn, dessen Geliebter die Kleidungen und Kleinodien gehörten, die das getötete Weib getragen hatte, ein Frühstück hatte zurichten und geben lassen. Da hörte ich ihre Verwunderung wegen meines Verschwindens und ihre unterschiedlichen Reden und Meinungen, wohin ich wohl gekommen sein möchte. Ich lernte daraus, dass die Verwunderungen aus der Unwissenheit entstehen, und dass man aus der Mücke einen Elefanten macht, ehe man erkennt, dass der Berg nur eine Maus gebären wird. Ich hatte so gut wie meine Kameraden Appetit zum Essen und Trinken, deshalb erwischte ich unbemerkt einen Löffel und half die Suppe verschlingen. Und als wir damit fertig waren, schnappte ich auch ein Stück Fleisch, welches ihnen aus den Augen und aus der Schüssel verschwand, und das, nachdem ich meinen Teil heruntergeschnitten hatte, wieder in der Schüssel erschien. Darüber entsetzten sich alle und fragten sich, ob sie weiter essen sollten oder nicht. Ich aber ermahs daraus, dass ich behutsamer sein müsste, wenn irgendwo meine Gegenwart ganz unbemerkt bleiben sollte. Indessen dürstete es mich, und damit meinen ohnehin bereits bestürzten Kameraden nicht auch die Kanne oder das Glas, aus dem ich trinken würde, verschwende, und sie deshalb nicht noch aufgebrachter würden und sich vielleicht entschließen möchten, mit ihren Hellebarden im Zimmer herumzufuchteln, um mich, auch wie das am Anfang erwähnte Weibsbild, hinzurichten. So tat ich aus des Wirtes großem Schankgefäß einen trefflichen Zug, was sich gar wohl für mich schickte, ergriff aus dem dabei stehenden Korb etliche Weißbrote, womit ich meine Hosensäcke vorsorglich spickte, und bereitete mich so zum Abschiednehmen vor. Die Stubentür aber selbst aufzumachen, trug ich Bedenken und ließ deshalb einen starken Leibesdunst, den ich zu allem Glück im Vorrat hatte, feinsachte fortschleichen, wodurch ich die Luft dermaßen verfälschte, dass meine Kameraden selbst die Tür angelweit aufsperrten und alle Hunde, denen sie die Schuld gaben, hinausjagten. Mit ihnen machte ich mich davon, mein Glück in der Welt zu suchen. Es war schon Nachmittag, als ich durch einen Wald ging, in dem ich unweit der Straße einen Edelmann mit seinem Knecht unter einem Baum stehen sah, die ihre Pferde angebunden hatten und ein ernsthaftes Gespräch miteinander führten. Ich schlich hin, um zu vernehmen, was sie miteinander zu beraten haben möchten. Der Knecht staubte dem Junker die Stiefel ab, der Junker aber kämpfte seine Perücke und instruierte zugleich den Knecht, wie er sich zu verhalten hätte, wenn sie miteinander in das Schloss kämen. Ja, Hans, sagte er zu ihm, es ist bei Gott jetzt viel an dir gelegen. Du kannst das meiste dazu tun, dass ich das Ja-Wort und die Jungfrau kriege. Schaue nur fleißig zu, dass du mein Vermögen stets zehnmal größer machst, als es ist. Denn die zu erhoffende künftige Schwiegermutter ist eine steinreiche Witwe, die viele gelbe Batzen hat und mir deshalb ihre Jungfertochter nicht geben würde, wenn ihr meine Bedürftigkeit im Geringsten bekannt sein sollte. Und Potz noch eins. Wenn es vielleicht auf die Nacht einen Rausch gibt, so dass ich nach meiner Gewohnheit im Schlaf johlen und schreien möchte, man mich hörte und dich danach fragte, so gibt nur zur Antwort mir Träume ohne allen Zweifel, dass ich in meinen Waldungen, deren ich gar viele hätte, auf der Jagd wäre. Das pflege mir zu Zeiten zu widerfahren, wenn ich etliche Tage nacheinander auf der Jagd gewesen sei. Im Übrigen lass mich sorgen. Ich will's mit einem Kopfstück oder Zweien bei der Bettmarkt schon in Ordnung bringen. Sei nur vorsichtig in allen deinen Reden, damit du dich nicht verplapperst. Wenn alles gut geht, so will ich dir meinen gestreiften Rock, den ich erst vor zwei Jahren habe machen lassen, als Brautgeschenk geben, damit du bei der Hochzeit wie einer vom Adel aufziehen und glänzen kannst. Er gab ihm sonst noch viele Belehrungen und der Knecht versprach, sein Bestes zu tun und putzte immer noch an seinem Junker. Ich hingegen gedachte, diesem einen Possen zu reißen, was mir auch trefflich gelang. Denn als er seine Perücke puderte, machte ich ganz unbemerkt sein Pferd los, setzte mich darauf und ritt dem Schloss zu, wo der Junker zu freien Willens war. Zugleich wollte ich probieren, ob das Pferd sowohl als ich, wenn ich darauf säße, unsichtbar sein würde. Aber der Junker schrie gleich, Potz, rasch, Barment, Hans, mein Pferd ist los, fang's! Der Knecht wollte sich dem Pferde nähern, ich aber foppte ihn mit Hin- und Herreiten, so dass er es nicht fangen konnte. Das trieb ich so lange, bis der Junker auf das Pferd des Knechtes stieg, um das Seilnige zu fangen. Darauf sprengte ich im vollen Galopp auf das Schloss zu und ließ den nachfolgenden Junker sein unschuldiges Pferd mit Hals- und Beinbrüchen segnen, solange er wollte. Ich stieg auch nicht eher ab, als bis ich mitten im Schlosshof war, denn das Tor stand gerade offen. Was sollte nun der gute Junker tun? Er musste halt hinterher, obwohl er weder Hut, Mantel noch Degen auf, um und an sich hatte. Das Tollste am Ganzen aber, wodurch der Schimpf bekräftigt oder vielmehr vergrößert wurde, war, dass der gute Herr in der Eile auch seine Perücke nicht aufgesetzt hatte, als er auf das Knechtes Pferd gestiegen war und deshalb mit einem erst kürzlich geschorenen Kopf erscheinen musste. Ich konnte mir nur mit Mühe das Lachen verbeißen, um nicht gehört zu werden, als das Schlossgesinde aus allen Winkeln herbeilief, das schöne Spektakel zu sehen. Was wird nunmehr der Junker, dachte ich, für eine Ausrede vorbringen, dass er statt auf seinem auf des Knechtes Pferd und noch dazu in einem so possierlichen Aufzug kommt? Er half sich aber viel meisterlicher, als ich gedacht hatte, denn er setzte sich geschwind auf sein Pferd und nahm das des Knechtes an die Hand, damit ihn weder Mutter noch Tochter säen, weil er keinen Hut auf hatte, um ihn zu ziehen und die üblichen zierlichen Komplimente zu machen. Darauf packte er sich wieder in aller Eile zum Schloss hinaus seinem Knecht entgegen. Er war kaum fort, als die Schlossfrau mit ihrer Tochter daherkam und fragte, was da geschehen wäre und das Gesinde erzählte ihnen alles, was es gesehen hatte. Die Alte schüttelte den Kopf, weil sie sich keinen Reim darauf machen konnte und befahl, die Pfeilbrücke hochzuziehen und das Tor zu schließen. Denn, sagte sie, es möchten vielleicht räuberische Mausköpfe in der Gegend sein, die wer weiß, was für einen Anschlag vorhätten, deshalb sei es besser, misstrauisch zu sein. Ich zog meine Schuhe aus, hängte sie an den Gürtel und fing an, überall im Haus umherzuschleichen, ob ich vielleicht die vielen vom Junker gerühmten gelben Batzen der Alten finden möchte. Aber ich dross leeres Stroh, denn ich durfte, damit man mich nicht hörte, weder Kisten noch Kasten aufbrechen und noch viel weniger einige Türen öffnen. So konnte ich auch die Schlüssel nicht zu fassen kriegen, da sie die Alte sehr sorgsam an ihrer Seite trug, was mich sehr verdross. Ich bildete mir ein, sie müsste viel Geld zusammengekratzt haben, weil es überall im Hause kahl und haushälterisch bestellt war, wie es bei Geizhälsen zu sein pflegt, wo man nur alles Dichten und Trachten aufs Geld legt. Die Alte selbst saß in einem Zimmer und spann mit ihrer Tochter so eifrig und fleißig, als wenn sie sich beide dazu verdingt hätten. Diese erschien von Angesicht und Gebärden viel schöner und adeliger als durch ihre Kleidung, da sich die Natur viel freigebiger gegen sie gezeigt hatte als das missgünstige Schicksal gegenüber den ihrigen. Sie hatte noch nasse Augen, als ich zu ihnen ins Zimmer schlich, doch weiß ich nicht, warum sie geweint hatte. Aber die Mutter sagte zu ihr, Es ist einmal nicht anders, liebes Kind. Wenn wir unserem Herkommen und standgemäß auskommen wollen, so ist es vonnöten, dass wir das Wenige, was wir haben, genau zusammenhalten und uns für Kleidung und Nahrung mit dem behelfen, was unsere Güter eintragen und darüber hinaus daraus und aus unserer eigenen Hände Arbeit so viel erübrigen und ersparen, dass wir davon zurücklegen können. Es sei denn, dass ich jetzt einen silbernen Tischbecher verkaufen und das ganze Dutzend dadurch trennen und schänden sollte. Wir haben noch etwa drei Wochen zu tun. Dann ist unser Flachs aufgesponnen. Ich löse aus dem Garn zumindest zwölf Reichsthaler. Das bringt dir dann wiederum ein feines Kleid nach der neuen Mode, in dem du dich bei Vetter Fritzens Hochzeit gar nicht wirst schämen müssen. Die gute Jungfrau ließ während dieser Rede ihrer Mutter noch etliche Tränen fallen, was mich derart zum Mitleid bewegte, dass ich in diesem Schloss nichts gestohlen hätte, auch wenn ich darin tausend nagelneue Dukaten in Spezier gefunden hätte. Ich hätte gern noch mehr von der Alten gehört und sie war auch bereit noch mehr zu sagen, weil sie so richtig im Fahrwasser war, aber ihren Diskurs unterbrach ein schmutziger Stallratz, der hereinlief und sagte, Euer Gnaden, den Pferden nach ist der Kerl wieder draußen vorm Tor, der vor einer halben Stunde im Schloss war. Er redet mit dem Meier, gibt sich als Euer Gnaden Vetter aus und begehrt mit Euer Gnaden zu sprechen. Darauf guckte die Alte in einem Erker durchs Glasfenster, wandte sich geschwind um und hieß ihren Stalljungen fortgehen, indem sie sagte, der Meier würde ihn schon bei ihr anmelden. Zur Jungfer aber sagte sie, Pottskrisement, Tochter, es ist der Herr von Dürftigkeit, geschwind die Spinnenräder mit dem Haspel aus der Stube und dein blümerantes Kleid angetan, aufgeräumt, die Stube geräuchert. Sie selbst aber warf einen anderen Rock über und legte einen Nachtmantel um den Hals und ehe sie ganz fertig war, kam der Meier und sagte, Euer Gnaden, der Herr von Dürftigkeit ist vor dem Tor und begehrt hereinzukommen, Euer Gnaden aufzuwarten. Geht, antwortete sie, und lasst ihn herein, jedoch nicht zu geschwind, damit sich mein Fräulein Tochter auch ein wenig ankleiden kann. Aber ehe sie sich's versah, war die Jungfer geputzt und geschmückt, deshalb lief sie selbst in den Hof und nannte den Meier mit harten Worten, so dass es der Junker vor dem Tor wohl hören konnte, einen groben Bauern, weil er den Kavalier so lange warten ließ. Mit den Augen aber gab sie ihm zu verstehen, dass er sich an ihre Worte nicht kehren sollte. Darauf wurde der Junker eingelassen und von der Schlossfrau freundlich bewillkommend, der er geziemende Komplimente zu machen wusste. Sie führte ihn in ein Zimmer und ich schlich mit, als wenn ich zu ihnen gehören würde oder hätte dabei sein müssen, nur um zu hören, wie wohl der Junker seinen ersten Aufzug ins Schloss bemänteln würde. Denn die Schlossfrau sagte zu ihm, es wäre auch kurz zuvor ein Kavalier, aber ohne Hut und Degen in ihrem Schlosshof gewesen, der er den Pferden nach hätte sein müssen und wie ihn ihr Gesinde im Übrigen beschrieben hätte. Sie trage deshalb großes Verlangen zu vernehmen, durch was für ein Abenteuer er dazu gekommen wäre. Freilich war ich's, antwortete er, aber die Tag meines Lebens, Frau Base, ist mir kein solcher Possen widerfahren wie heut, und dies soll mir wohl eine Lehre sein, dass ich nimmermehr mit einem einzigen Diener allein über Land reite. Der schlimme Hund fiel mir im nahen Wald unversehens vom Pferd herunter. Nicht weiß ich, ob in eine Ohnmacht oder er hat auf dem Pferd geschlafen oder gestern zu viel gesoffen. Mit einem Mal lag er dort, als wenn er tot wäre. Deswegen musste ich auch selbst absteigen und nach ihm sehen. In solch jähem Absprung blieben mir Hut und Perücke an einem Ast des Baumes hängen, unter dem mein Knecht lag. Ich fand ihn mit verdrehten Augen und schüttelte ihn, bis ich ihn wieder zu sich selbst brachte, aber ehe er sich wieder recht besinnen konnte, wo er war, ging mein Pferd durch. Wollte ich's nun wieder haben, so musste ich wohl auf meines Knechtes Pferd aufsitzen, um meines selbst zu fangen, weil mein Knecht dazu nicht in der Lage war. Also nun, hochgeehrte Frau Base, bin ich hergekommen und gleich wieder zurückgeritten, um nicht nur nach meinem Knecht, sondern vielmehr auch nach meinem Hut zu sehen. Wenn ich genau wüsste, dass der Bären heute auf dem Pferd geschlafen, ich wollte ihn prügeln wie einen Tanzbären. Ach, Herr Sohn, sagte die Alte, es ist vielleicht ein Anfang der fallenden Krankheit. Wenn Ihnen nun der Diener getreu und deswegen auch lieb ist, so will ich geben, dass er künftig davon befreit sein soll, besonders wenn er es gebraucht, bevor vierundzwanzig Stunden nach dem Fall vorüber sind. Was wollte sich die Frau Base, antwortete der Junker, seinetwegen so viel bemühen? Ist dieser nicht, so ist ein anderer. Ich kann Diener genug bekommen, wenn ich sie gleich alle Tage prügelte und von mir jagte, weil sie wissen, das Speise, Trank und Kleidung bei mir gut und der Lohn gewiss ist. Nicht so, nicht so, Herr Vetter, sagte die Alte, sie sind gleichwohl auch Menschen und uns will gebühren, wenn sie in unseren Diensten in dergleichen Zustände geraten, dass wir ihnen mit Rat und Hilfe beispringen. Dies tat sie nicht darum allein, um gegen den Knecht ihre Treuherzigkeit zu beweisen, sondern um auch den Freier ihrer Tochter Schicklichkeit zu lehren. Dann, als sie mit einem Glöcklein ein Zeichen gegeben hatte, trat der Stalljunge, aber nicht mehr so schmutzig wie das erste Mal, sondern in einer sauberen Livree herein und fragte mit tiefer Referenz, was ihre Gnaden beliebte zu befehlen. Die Alte antwortete »Gehe, sagt dem Fräulein, sie soll den Schlüssel zur Hausapotheke herbringen. Zum Junker aber sprach sie »Wir dürfen diesen Kerl beileibe nicht vernachlässigen.« Indem sie nun noch davon redete, kam die Tochter gar sehr aufgeputzt in ihrem Blümeranten Gewand daher und beide Verkleidungen, die des Stalljungen und des Fräuleins gemahnten mich daran, dass eine Komödie gespielt wurde. Die Mutter befahl sogleich, nachdem der Monsieur Freyer seiner Liebsten genug tolle Komplimente erwiesen hatte, ihre Tochter sollte für den Diener ihres Herrn Vetter, des Herrn von Dürftigkeit, das Rezept Nummer 17 verfertigen und hinterher sein, dass er es je eher desto besser einnähme. Indessen wollte sie mit der Köchin reden, was man zum Nachtessen fertig machen sollte. Darauf entschuldigte sie sich mit einem höflichen Bückling bei Monsieur und bat ihn, sich eine kleine Zeit bis zu ihrer Wiederkunft zu gedulden. Er begegnete ihr mit gleicher Höflichkeit und gab zur Antwort, meine hochgeehrte Frau Base hat mir ihrem gehorsamsten Diener in allem zu befehlen. Sobald sie nun den Rücken gewendet, folgte er der Tochter zu der Hausapotheke. Diese war ein großer Kasten mit allerhand Materialien von Wurzeln, Säften, Latvergen, Kräutern, Pulvern, Ölen, gebrannten Wassern, Pflastern, Salben, mit Arznei gefüllten Büchsen, Schachteln, Gläsern, Säcklein und so weiter, so dass ich sie als eine musterhafte Hausapotheke gelten lassen konnte, wenn all das in den Geschirren befindlich war, was die aufgeklebten Zettel vorgaben. Dort nun erneuerte oder wiederholte der verliebte Herr von Dürftigkeit seine Komplimente und drückte deutlich genug aus, in welcher Absicht er anwesend wäre. Treffliche, ansehnliche Dame, sagte er zu ihr, der Ruhm ihrer unvergleichlichen Schönheit und Tugenden, der sich im ganzen Land ausbreitet, ist auch vor meinen unwürdigen Ohren erschollen, um mich zu ihrem untertänigsten Sklaven zu machen. Solch hoher Ruhm hat auch eine solch brennende Begierde in mir erweckt, ihre Person selbst zu sehen, dass ich zu keiner Zeit Ruhe haben konnte, sondern mich entschließen musste, ihrer Frau Mutter, meiner hochgeehrten Frau Base, gehorsamst aufzuwarten, ob mir vielleicht das Glück widerfahren möchte, sie zu sehen und ihre engelhafte Gestalt anzubeten. Weil mir dann nun solch erwünschtes Glück in diesem Augenblick widerfährt, so kann ich nicht unterlassen, ihnen unverhohlen zu bekennen, dass ich ihnen als meines Herzens Bezwingerin alle meine Freiheit geschenkt habe und nunmehr nichts Höheres wünsche als die große Ehre, in ihrer holdseligen Gegenwart von nun an bis in alle Ewigkeit unaussetzlich verharren zu können und mich durch allerlei getreue Dienste als ihren untertänigsten Sklaven erzeigen möchte. Noch vielmehr dergleichen Unsinnigkeiten brachte er vor, welche die Jungfer wohl anständig genug beantwortete. Ich aber dachte, der Kerl gibt vor, der Jungfer Diener zu sein, doch versucht er vor allem Herr über ihrer Mutter Dukaten zu werden, wenn sie deren nur viele hätte. Ich mochte deshalb seiner Prahlerei nicht länger zuhören, sondern schlich hin zu der Alten, um zu vernehmen, was sie Gutes auf die Nacht würde zurichten lassen, da ich von dem Imbiss auch meinen Teil zu erschnappen dachte. Ich kam gerade dazu, wie sie ihre Viertelsköchin, denn diese brachte kaum jede Viertelstunde ihres Dienstes in der Küche zu, weil sie die drei übrigen wohl anderes zu schaffen hatte, anwies und den Auftrag gab, was sie für Tauben abwürgen und an Hühnern und Kapaunen neben einem Spanferkel abstechen sollte. Ein Kalb und ein junges Böcklein hingen bereits dort, die ihr Leben gelassen hatten, damit man kein Geld in die Metzgerei zu schicken brauchte. So lag auch schon ein alter geräucherter Schinken mit ein paar dürren Bratwürsten im Wasser, um sie dem Salat beizugeben. Das eingepökelte Wildbrät wollte die Frau selbst aus dem Keller holen, worüber mir das Herz im Leibe lachte, aber dass der Alten sich grämte. Denn als ich mit ihr in den Keller schlich, um einen herzhaften Trunk zu tun und sie allein zu sein vermeinte, klagte sie sich selbst ihren Kummer mit großem Seufzen. Ach Gott, sagte sie, hol's der Schinder. Da sie doch eben ein Stück stinkendes Wildbrät aus einem Fesslein langte, was sie mehr dauerte als die verschwenderische Kleopatra ihre unschätzbare Perde. Dass ich nun abermals für einen Imbiss so viel vertun muss, wie ich sonst in acht Tagen nicht gebraucht hätte, ich werde, wenn ich es wieder durch Sparsamkeit erübrigen und einbringen will, drei oder vier Wochen zu darben haben. Sie brummelte noch mehr dazu, was ich aber nicht alles verstehen konnte, noch zu hören begehrte, sondern ich ließ sie ungestört die Stiegen hinaufgehen und mich in den Keller sperren, um meinen heiß brennenden Durst zu löschen. Das tat ich mangels eines bequemen Trinkgeschirrs aus meinem Hut desto vollkommener. Ich fand zwar den Wein in geringer Quantität, aber seinen Kräften und dem Geschmack nach weit vortrefflicher umsonst zu trinken, als es in den Wirtshäusern um Geld zu sein pflegt. Eine ganze Stunde musste ich gefangen sitzen, ehe die Köchin kam und den vorhandenen Traufwein zum Kochen abholte. Sie tat zwar einen starken Zug vom besten Brandwein, war aber danach so bescheiden, dass sie ihr Buckelkännchen nur mit Bier füllte und mit sich nahm. Mit ihr wanderte ich aus meiner Gefangenschaft, weil mich der Durst nicht mehr plagte und kam eben dazu, als Mutter und Tochter des Freiers Knecht mit guten Worten, sein Herr ihn aber mit Drohungen nötigte, die zugerichtete Arznei einzunehmen, die er so wenig benötigte, als ein Wagen ein fünftes Rad. Ich musste mich in die Zunge beißen, das Lachen zu verhalten, als ich diese Verrücktheit und die kotzierlichen Minen sah, die der arme Tropf machte, bis er dieses unnötige Arzneitränklein in sich schüttete. Unterdessen näherte sich die Zeit des Nachtessens. Darum wurde der Tisch gedeckt und es wurde darauf getan, was darauf gehörte. Ich stellte mich an den Tisch, um zu vernehmen, was für eine lustige Unterhaltung es geben würde. Es waren aber nur Komplimente, Aufschneidereien und solche Sprüche, aus denen man ihr beiderseitiges Vermögen entnehmen sollte. Weil nun nicht auch für mich gedeckt war und ich etwas vom Tisch hinweg zu nehmen Bedenken trug, kriegte ich eine geräucherte Bratwurst beim Zipfel und nahm sie auf Abschlag, bis ich auch ein Stück Schinken dazu in meinem Magen einlogieren konnte. Aber der Schinken wurde nicht nur nicht angeschnitten, sondern nach dem Essen, als dem Junker durch seinen Diener zum Schlafen gehen die Stiefel ausgezogen wurden, in einen Kasten gesperrt. Und wegen der verlorenen Bratwurst, die der Hund gefressen haben musste, wurde ein solcher Lärm angefangen, als wenn durch das gliederliche Gesinde nicht nur Kreter, sondern auch Venedig selbst verwahrlost und in der Türken Gewalt gekommen wäre. Nachdem nun der Junker mit klarem Verstand sich schlafen gelegt hatte, denn niemand war da, der ihm einen starken Rausch auf altdeutsche Manier angehängt hätte, sprach man erst dem Diener Trost zu, der aber, wie die Alte vorgab, auf die eingenommene Arznei weder rechtschaffen Bier noch Wein trinken durfte, damit nicht sein Übel schlimmer würde, nichts desto weniger unterließ er es nicht, gemäß seinen Instruktionen von seines Herrn großen Reichtum ein langes und ein breites aufzuschneiden, dem beide, die Alte und die Junge mit Lust und Andacht zuhörten. Er konnte auch der Sache eine bessere Gestalt geben, als ich es dem Turtle anfänglich zugetraut hatte. Aber als sein Junker im Schlaf zu schreien und zu johlen anfing, setzte er den Flecken hässlich neben das Loch. Ich weiß nicht, ob er seines Junkers guten Unterricht vergessen hatte, oder ob er sonst müde und überdrüssig war zu lügen. Als ihn die Schlossfrau fragte, was solch Geschrei bedeute, gab er unverhohlen zur Antwort, wenn mein Herr so zu schreien beginnt, so pflegt er meist bald danach ins Bett zu scheißen, mit Verlaub, worüber die Jungfer dermaßen erschrak, dass sie sich im Gesicht verfärbte wie eine glühende Kohle. Die Alte nahm das gleich wahr und bekam Angst, ihre Tochter möchte daraufhin unlustig werden und von der bevorstehenden ansehnlichen Heirat zurücktreten. Sie lächelte deshalb ein wenig ihrem Fräulein Tochter zu und sagte, Ihr müsst nicht so heikel sein. Es ist noch gut, dass er warnt, ehe er Feuer gibt, denn so kann man ihm ja wohl noch aus dem Schussfeld ausweichen oder sich gar aus dem Bett zurück ziehen, bis die Salve vorüber ist. Ihr müsst deswegen nicht so arg erschrecken. Ja, Frau Mutter, antwortete die Jungfer, es ist mir nicht darum zu tun, wie ihr vermeint, sondern um die Laken, die sind leider geborgt und morgen zurück zu geben. Hierüber erschrak die Mutter mehr, als die Tochter über die Auskünfte des Knechts erschrocken war, weil dieser gehört hatte, dass sie die Laken borgen mussten. Sie wollte es deshalb wieder in Ordnung bringen und gut machen, was die Tochter verplappert hatte und sagte zu ihr, Ei, du fauler Schleppsack, warum hast du's mir nicht gesagt, so hätte ich dir doch ein paar Laken aus dem Kasten geben können. Die gute Jungfer wollte sich entschuldigen und sagte, ja, wenn ich gewusst hätte, dass welche drinnen gewesen wären. Dabei spitzte das Junkers Knecht die Ohren. Ich aber lachte, dass man mich im ganzen Zimmer hörte und erregte damit einen solch grausamen Schrecken, dass alt und jung, Weib und Jungfer mit einem Wort alles, was gehen konnte, zur Tür hinaus lief. Ich aber erzürnte mich über mich selbst dermaßen, weil ich voller Zorn die stehen gebliebene Weinkanne ergriff und ihr so zusetzte, dass kein Tropfen mehr darin blieb. Darauf schlich auch ich davon und räkelte mich im Stall ins Heu, wo ich darüber nachdachte, was ich an diesem Tag gehört und gesehen hatte. Es wunderte mich aufs Höchste, dass diese Leute, die einander doch heiraten und damit in eine so nahe Verwandtschaft treten wollten, einander mit derart gleißnerischer Falschheit, lügenhafter Betrügerei und prahlerischen Aufzügen hinters Licht zu führen, sich nicht scheuten. Hoho, dachte ich, tun sie das untereinander, obgleich sie eine unzertrennliche Freundschaft unter sich stiften wollen, wie werden sie dann erst diejenigen traktieren, mit denen sie zu tun haben, ohne sie ihrer Verwandtschaft würdig zu achten. In solchen Gedanken verbrachte ich ein paar Stunden, bis ich endlich darüber einschlief. Am folgenden Morgen trieb mich mein Durst wieder ins Wohnhaus, zu sehen, ob ich etwa mit einem Trunk Wermutwein ihn löschen könnte. Denn ich hatte am Tag zuvor im Keller gesehen, dass die Schlossfrau als eine kluge Haushälterin von der gleichem gesundem Kräuterwein in kleinen verschiedenen Festlein einen Vorrat hatte. Es gelang mir auch tatsächlich, denn als die Köchin kam, die zugleich auch die Stelle einer Kellnerin und Beschließerin vertreten musste, um etwas, ich weiß nicht mehr was, aus dem Keller zum Frühstück zu holen, wischte ich mit hinunter und ließ mich von ihr einsperren. Als sie mich eingeschlossen hatte, machte ich einen Nierenbraten zur Hälfte fertig, der am vorigen Abend auf dem Tisch gewesen und entweder aus Geiz von der Mutter oder aus Bescheidenheit von dem hoffnungsvollen künftigen Tochtermann nicht angerührt worden war. Das schmeckte mir trefflich und ich machte mir nicht nur keine Gewissensbisse, dass ich kühner war als die Edelleute, ein so angenehmes Bisslein anzugreifen, sondern ermunterte mich, mehr als zweimal so viel zu trinken, als ich im Sinn gehabt hatte oder es mein Durst erforderte. Noch glücklicher war ich indessen darüber, dass die Köchin bald wieder kam, zwar nicht um mich wieder heraus zu lassen, denn sie wusste ja nichts von mir, sondern um mehr Lebensmittel herauf zu holen. Dabei nun schlich ich hinaus und hörte noch zu guter Letzt, dass die Köchin zu dem allerdings geschändeten Braten sagte, dass dich der ritscht, wer ist über dir gewesen? Die Katzen haben ja kein Messer. Ach, was wird unsere Frau tun? Aber das bekümmerte mich nicht im geringsten. Auch nicht, ob die Heirat zwischen dem Junker und dem Fräulein stattfinden würde oder nicht, sondern ich zog meine Schuhe wieder an und wanderte zum Tempel hinaus in der Absicht, mich in eine große Stadt zu begeben, wo es reiche Kauf- und Wechselherren gibt und mir vielleicht eine Gelegenheit anstünde, mit einem solchen sein überflüssiges Geld zu teilen. Ungefähr zwei Stunden war ich gegangen, als ich eine Gesellschaft von Bettlern unweit der Landstraße antraf, die ein Feuer angemacht hatten und darum saßen, um zu sieden und zu braten. Wahrhaft eine lustige Gesellschaft. Äußerlich waren sie wohl elend und erbärmlich anzusehen, aber ihr fröhliches Gelächter, ihre ungebundenen Gebärden und freien Reden gaben mir die große innere Freiheit ihrer Gemüter zu erkennen, was mich denn auch zu ihnen lockte. Ich hatte kaum ein Viertelstündchen bei ihnen gesessen, als sie eine Kutsche voll reisender Leute kommen hörten. Auf, Kargis, sagten sie zu einem Alten, jetzt ist's an dir, den Wegzoll einzufordern. Der Kargis war auch nicht faul, sondern schloss sogleich die Augen und ließ sich durch einen Knaben an einem Stecken an die Straße führen, wo er durch ein jämmerliches und erbärmliches Geschrei von den Vorüberreisenden ein paar Batzen herauspresste. Und als er wieder zu den Kumpanen kam, war ihrer aller Wunsch, dass sie ein rechtschaffen gutes Maß Wein für das Eroberte hätten, weil ihre zweieinhalb Maß fassende Flasche zu vernehmen gab, dass sie nicht mehr reichen könnte, einem jeden in der Reihe einen vollkommenen Trunk auszuteilen, wie auch noch eine große Pfanne mit gebratenen Eiern auf dem Feuer stand, die eine flüssige Begleitung erforderten. Ich sah besonders einer alten Großmutter zu, die meines Dafürhaltens schon in ihrer Jugend gelernt hatte, aus Mehl, Eierklar, Hirn, Blut und Grünspan eine Mixtur anzurichten und einem Knaben einen Erbgrind daraus machte, nachdem sie ihm zuvor den alten bis auf die gesunde Haut abgewaschen und den Haarboden, wie sich's gehört, aufs neue abgeschoren hatte. So, mein Kind, sagte sie, du hast jetzt wahrhaftig einen schönen Grind, dass man ihn nicht natürlicher malen könnte. Gib nur Acht, dass du im Beten nicht Fehler machst. Wo du merkst, dass man nicht katholisch ist, da lass beileibe das Ave Maria aus und bitt auch nicht um unserer lieben Frauen willen. Aber hingegen bete das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit an, sage das Vaterunser auf. Wenn du aber nicht weißt, ob man an einem Ort lutherisch oder katholisch oder kalvinistisch ist, so darfst du auch nicht fragen, sondern gib Acht auf die Bildstöcke, heiligen Häuslein und Kreuze an den Wegen. Sind diese geziert oder in Ehren gehalten? Da bete keck auf katholisch, wo nicht auf lutherisch. Und wenn du weißt, dass du an einem kalvinistischen Ort bist, dann fang das Vaterunser auch auf kalvinistisch an und sag unser Vater und nicht Vaterunser, wie es von Alters her der Brauch gewesen ist. Denn die Leute geben ihren Glaubensgenossen eher auch noch so große Stücke. Hingegen sieht scheuter Religion nicht an, wenn er schon das Almosen zehnmal mehr benötigt als der Glaubensgenosse. Schau nur zu, dass du vorsichtig und fleißig bist. Es wird dir besser bekommen, als wenn du einem Bauern die Rosse hütetest oder selbst einen großen Haufen eigener Güter erschuftetest und mit der Zeit besäßest. Denn diese machen selbst das sonst freie Gemüt ihrer Inhaber zu Märtyrern und gepeinigten Sklaven und ihre Leiber zu Leibeigenen Knechten derjenigen Herren unter deren Gerichtsbarkeit sie liegen. Hingegen du in unserem Orden die edle Freiheit und mit ihr unter dem Deckmantel der Armut im Vermögen anderer barmherziger Leute all das reichlich besitzt und zu genießen hast was zu deines müßigen Lebens Aufrechterhaltung von Nöten ist. Will dir irgendein geiziger Hund nichts geben so geh vor eine andere Tür Ist ein Land durch Krieg Teuerung oder Epidemien verdorben und deshalb für dein Gewerbe nicht bequem so laufe in ein anderes und lasse die die ihr Herz dem Haus und Hof den ansehnlichen wohlgelegenen eigenen Gütern geschenkt haben dabei krepieren verderben und sterben Die Alte gab diesem noch viel andere treffliche gute Lehren und Unterrichtungen so dass ich nicht glauben kann dass ein Jäger mehr Fleiß anwendet einen jungen Wachtelhund oder ein Signor Capitano seine Tironis abzurichten Das Bübchen war auch von der Art dass es sich gern informieren ließ und wahrlich wer wollte das nicht wenn man ihm nur Faulheit Freiheit und Müßiggang predigt Ein anderer erzählte dem alten Kargis dass er wohl vier Jahre lang ein Stummer gewesen sei Diese Art zu betteln habe so gut eingeschlagen dass er ein ziemliches Stück Geld zusammengebracht habe Seine damalige junge Frau aber für die er ohne Zweifel zu schwach gewesen sei habe es ihm ausgefischt Notwendigerweise habe er wieder die Sprache annehmen müssen um seinem Weibe nachzuforschen Er habe sie zwar bei einem jungen Spengler angetroffen aber gleichwohl nichts sagen dürfen Denn erstens sei sie nicht seine Ehefrau gewesen und dann damit sie ihn nicht verrate dass er sich für einen Stummen ausgegeben hatte Es ist nicht zu glauben oder auszusprechen sagte er ferner wie mich es verdrossen hat dass ich es so still schweigend hinunterschlucken musste und dies ist auch mein größter Kummer gewesen der mir widerfahren ist seit ich die eselhafte Rossarbeit der Tagelöhne aufgegeben und mich in dem ich Sack und Stecken ergriff in die unschätzbare Freiheit unseres Herren Lebens begeben habe Ich kriegte aber gleich darauf wiederum ein wackeres junges Mensch eines Korbmachers und Wannenflickers Tochter die sich nicht allein besser als die Erste in den Handel zu schicken wusste sondern mir auch alle Jahre wenigstens eins oder ums andere Jahr zwei Kinder brachte durch die ich viel Almosen einnahm über überdies ersann sie eine treffliche Finte Geld zu machen wenn es sonst schwerlich zu bekommen war in Winters Zeiten nämlich wenn wir vor einen Ort kamen zog sie sich bei größter Kälte ganz nackend aus und ließ Kinder und Kleider bei mir in solcher Gestalt erhielt sie oft an einem Tag für einen zwei oder drei gulden Kleider je nachdem wie sie barmherziges Weibervolk antraf das sich für sie schämte das kam mir trefflich zu pass und schanzte mir manche fette Suppe zu wie die Bettler ihre Stückchen so untereinander erzählten kamen zwei Kapuziner daher denen die Bettler die Ehre nicht antaten ihretwegen aufzustehen und von ihnen etwas zu erheischen ich schätze wohl weil sie wussten dass sie nichts anderes als Agnus Dei wegzugeben hatten was sie aber nicht begehrten der eine war ein alter Pater und der andere ein junger Kleriker ich verließ die Bettler und marschierte mit diesen weil sie meine Straße gingen und um zu vernehmen was sie wohl für einen Diskurs unterwegs miteinander haben möchten ich hörte aber so viel als wenn ich mit zwei Stummen gegangen wäre außer dass sie vor einem Flecken sich niedersetzten und ihre Horas miteinander beteten indessen dachte ich an meine liederlichen Bettler vaganten und unnützen Landstürzer mit denen unser Deutschland gleichsam überschwemmt ist ich beratschlagte sogleich mit mir wie ich mit ihnen verfahren ihren Orden zu Nutze des Vaterlandes verwenden und was ich ihren wegen auf dem Reichstag vorschlagen wollte wenn ich einmal Reichsfürst würde ich machte die Gesunden unter ihnen zu Soldaten die das Vaterland beschützen und den Türken bekriegen sollten und baute schon Zuchthäuser und Werkstätten in meinem Lande das ich in meiner Einbildung besaß in ihm gedachte ich solche Anstalten für die übrigen einzurichten dass sowohl Taube und Stumme als auch Blinde und Lahme darinnen arbeiten und nicht allein ihr Brot für sich selbst verdienen sondern auch die übrigen armseligen Krüppel ernähren ja noch darüber alle Jahre einen ziemlichen Überschuss zum allgemeinen Nutzen zuschlagen und erübrigen könnten so würde das Lumpengesündel abgeschafft Gott selbst durch ihr rohes Leben nicht mehr erzürnt der Bauer nicht mehr von ihnen überschwemmt und belästigt werden und es würde eine so beschaffene Ordnung gemacht werden die gottwohl gefällig und den Menschen nützlich sein sollte aber mitten in solchen Gedanken dachte ich gar nicht daran dass ich selbst ein ärgerer Mauskopf war als die Bettler zumal ich damals vorhatte vermittelst meines Vogelnestes andere ehrliche Leute ungesehen zu bestehlen und mich selbst zu bereichern hätte hätte ich aber daran gedacht so hätte ich ohne Zweifel mit jener Weibsperson deren Hand im Sack erwischt wurde als sie einer anderen ihr untergebenen wegen deren Verbrechens eine Strafpredigt halten sollte unverhohlen ausgerufen und geklagt ach wir sind leider alle gotterbarmes bresthafte Menschen aber genug hiervon als die Kapuziner ihr Gebet gesprochen da hatten auch meine Überlegungen ihr Ende deswegen ging ich mit ihnen in den Flecken um zu sehen was bei ihnen auf ihr andächtiges Gebet hin für ein Gelage folgen würde aber sie kehrten nicht im Wirtshaus ein sondern setzten sich unter die Linde die auf dem Platz zwischen der Kirche dem Pfarrhof und dem Wirtshaus stand um ihre von der Sommerhitze ermatteten Glieder ein wenig im Schatten zu erquicken Auch ich wollte mich ausruhen und als ich mich kaum recht nieder gesetzt hatte kam die Pfarrerin aus dem Pfarrhof wahrhaftig ein schönes junges Weibchen welche aber wie ich danach bemerkte ebenso einfältig wie hübsch war Diese hieß die beiden Kapuziner gar freundlich willkommen mit der Bitte sie möchten mit ihr ins Haus gehen und mit einem Trunk und dem was die Küche böte vorlieb nehmen aber die Kapuziner schlugen ihr holzseliges Anerbieten glatt glatt ab ich weiß nicht ob sie vielleicht besorgten der Teufel möchte ihrer Keuschheit durch dieses Weib nachstellen sie aber war damit nicht zufrieden sondern sagte Herr Gott wie seid ihr so wunderlich kommt immer mit herein ich bin die Frau Pfarrerin und habe erst mit meinem Herrn vor vier Wochen Hochzeit gehabt kommt nur denn wenn wir Geistliche nicht selbst einander ehren wer würde es denn sonst tun aber die Kapuziner wollten nicht sondern gingen ihres Weges wie wohl ich ihnen ansah und an mir selbst ermessen konnte dass ein guter Trunk ihnen nicht übel angelegen gewesen wäre ich dachte aber auch danke du Gott meine liebe Prädikantin dass dir die Kapuziner nicht gefolgt sind denn wäre dein Mann dazugekommen so würde er dir nicht anders gedankt haben als wenn du diese ihm ohnehin verhassten Nollbrüder zu etwas anderem in seiner Abwesenheit eingeladen hättest obgleich weder sie noch du an etwas Böses gedacht haben dabei war ich auch unwillig über die Kapuziner dass sie nicht in den Pfarrhof gingen denn ich war willens auch meinen Durst mit ihnen darin zu löschen deswegen da es mich so durstete ging ich in das Wirtshaus um zu sehen ob mir da ein Trunk bereit stehen würde es saß dort ein ganzer Tisch voll Bauern von der kalvinistischen Religion welchem Glauben der ganze Flecken anhing die waren gar andächtig dabei etliche Gesänge und Psalmen bei dem lieben Weinchen aus ihrem Lobwasser daher zu singen diese Vermischung gefiel mir besser als wenn man auf italienische oder spanische Manier gewöhnliches Wasser in den Wein schüttet gleich darauf kamen auch zwei katholische Reisende herein die dort etwas aßen und von den Bauern am bekreuzigen erkannt wurden um deren Willen änderten sie gleich ihren Gesang und sangen diesen zum Spott das Ave Maria Grazia Plena Als aber die katholischen dessen nicht achteten fingen sie an allerhand schimpfliche Possen zu erzählen die in der katholischen Kirche weil die Pfarrer ihre Pfarrkinder nicht besser unterrichtet hatten geschehen sein sollten einer einer erzählte aus schimpf und ernst als einmal ein kleines Mädchen beichtete fragte es der Pfaffe ob es auch ins Bett brunze und als das Kind mit nein antwortete sagte er bei Leib tue es nicht denn ich fress die Kinder die ins Bett brunzen darauf sagte das Mädchen nein Herr ich brunze nicht hinein aber ich habe ein Brüderlein daheim das scheißt ins Bett das ist und darauf fingen sie alle an zu lachen als wollten sie toll und töricht werden zugleich sich umschauend ob die katholischen nichts erwidert oder sich erzürnen wollten aber diese taten als hätten sie nichts gehört oder verstanden sondern als das Gelächter ein Ende hatte erzählte der eine dem anderen es wollte neulich in unserer Nachbarschaft Prädikant ein Kind taufen und als er dazu kam dass er zum Paten sprach wieder sagst du dem Teufel sprich mir nach ich wieder sag da antwortete der Pate auch wieder sagst du dem Teufel sprich mir nach ich wieder sag der Prädikant schüttelte den Kopf und sagte ich vermeine du bist ein Narr der Pate antwortete auch sogleich ich vermeine du bist ein hierüber erzürnte sich der Prädikant und sagte tut mir den unsinnigen Narren aus der Kirchen der Pate vermeinte er müsste immer weiter nachsprechen und sagte gleichfalls tut mir den unsinnigen Narren aus der Kirchen sollte nun das Kind getauft werden so musste man einen Verständigeren an des Paten Stelle nehmen gleich darauf erzählte einer von den Kalvinisten es habe ein Pfarrer ein Mädchen in der Beichte gefragt ob es die jungen Knaben auch gern sähe und es habe geantwortet mein Herr wir haben noch nie viel nacheinander gefragt aber auf die Feiertage bekomme ich einen neuen Rock als dann wird's Rammeln Rechtschaffen angehen im Schweizerland sagte ein anderer all wo die frömmsten im Gebirg wohnenden Leute wenn's gut geht jährlich einmal um die österliche Zeit in die Kirche kommen 20-jähriger Vater seinen 25-jährigen Sohn das erste Mal in die Kirche als er wieder nach Hause kam examinierte der Vater ihn was er gehört und gesehen hätte da erzählte der Sohn es hätte ein Kerl von einem anderen ein langes und breites daher gesagt wie man ihn verraten und verkauft gefangen gebunden geschleift geschlagen und endlich gar gekreuzigt hätte ja Vater sagte er man ist so übel mit ihm umgegangen dass er mich gleich dauerte Herr Gott Herr Gott sagte darauf der alte ist denn dieser Handel noch nicht ausgemacht es ist wohl schon 20 Jahre her dass ich das letzte Mal in der Kirche war da hatte man diese Sache auch schon unter den Händen es wundert mich was nur unsere Herren tun dass sie es nicht einmal vollends erörtern das ist kein Wunder sagte hierauf ein katholischer denn wir wissen aus Dr. Schupps Freund in der Not dass einstmals ein deutscher Edelmann seinem Pfarrer der ihn aus dem Katechismus examinierte was er von seinem Christentum verstünde unverhohlen geantwortet hat er wäre ein Narr und glaube dass der Prädikant auch selbst einer sei anstatt zu sagen er wäre ein Christ und glaube an Christum damit aber hierüber nicht weiter geredet wurde sagte ein anderer Kalwiner als ein Schweizer einem Kapuziner gebeichtet hatte und nach der Absolution einen Kreuzer als Beichtpfennig geben wollte der Pater aber Geld anzunehmen sich weigerte sagte er behalt nur mein lieber alter Vater du sollst mein Narr nicht umsonst sein und darauf hoben die Bauern wieder ihr vorheriges einhelliges Gelächter an die katholischen lachten mit und sagten das muss wohl ein rechter Pflege gewesen sein parierten aber mit dieser Geschichte als ein Prädikant einem verstorbenen Schuster seine Leichen Predigt gehalten hatte und es nun so weit war dass er den Toten auch loben sollte sagte er liebe liebe Zuhörer ich sollte unseren seligen Mitbruder auch wegen seiner Gottseligkeit und anderer Tugenden halber herausstreichen ihr wisst aber alle miteinander dass er nichts dergleichen Lobwürdiges an sich hatte damit ich gleichwohl auch meinen Taler verdiene der mir wegen der Leichen Predigt gebührt so sage ich ihm nach zu unsterblichem Lob dass er dennoch wie schlimm er auch sonst gewesen sein möge einen schönen roten Bart hatte genau wie unser heiliger Apostel Judas auf diesen Streich entgegneten die Kalvinisten mit einem anderen und sagten durch einen ihrer Beisitzer und wie steht es denn mit eurer Beichte man kennt das Dorf Schutterwald von dessen Einwohnern noch bis auf den heutigen Tag gesagt wird der frömmste von ihnen habe eine Axt gestohlen diesen Ruf erhielten sie zu der Zeit die ihr für die Allerheiligste haltet und in der ihr durch Beichte und Bußwerk eure Sünden abzulegen gedenkt denn als einer in der Karwoche nach verrichteter gleisnerischer Andacht und empfangener Absolution aus der Kirche ging und seinen Stecken vor der Kirchtür mit sich nehmen wollte entdeckte er eine neue Axt die neben seinem Stecken stand nahm sie mit und sagte das walte Gott das ist auf ein neues ich glaube sagte ein anderer Kalviner dass der Brauch die Sünden in der Beichte in allen Einzelheiten zu erzählen nur von die Gewissenhaften in der Kontribution und in der Furcht zu halten denn wer wollte den dem er seine innersten Heimlichkeiten anvertrauen muss nicht in hohen Ehren halten und ihm mit all seinem Vermögen nicht zur Hand gehen um ihm den Beutel zu spicken und seinen Schmerbauch zu erhalten um ihn in guter Laune zu haben und ihn als gnädigen Herrn zu behalten bei anderen aber wie bei uns in der reinen reformierten Religion wird solches nur für einen Scherz gehalten wie es jenes Weib tat die keine Absolution erhalten konnte wenn sie nicht ihrem Mann sagte dass ihr letztgeborenes Kind nicht seines sei sondern ihr von einem anderen angerichtet worden wäre das Weib tat zwar was ihr befohlen aber wie sie wartete bis das Kind schrie und damit sie es besser zum schweigen brächte sagte sie zu ihrem Mann ach Peter hänge doch ein Tuch über dich und erschrecke das Kind ein wenig damit der Bank hat wieder schweigt der Mann folgte und als er so in steil daher kam und brummte hu 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 sagte das Weib zu ihm geh weg du hässlicher Butzemann das Kind ist nicht dein sondern mein einer der katholischen antwortete darauf dies ist die alte Laia derer die aus Hoffahrt ihre Sünden nicht bekennen oder aus teuflischer Schamhaftigkeit sie nicht erzählen wollen womit sie die Demut der Büßenden verspotten es ist auch gar nicht glaubhaft dass die Beichte aus Geiz von unseren Geistlichen erdacht worden sei zumal sie aus ihren Pfründen erübrigen was sie zu ihres Lebens Unterhalt bedürfen so haben sie auch für keine Leibes Erben zu sorgen für die sie viel zu ergeizen Ursache hätten wie eure Pfarrer unlängst hatte ein Fürst alle Prädikanten seines Landes beisammen um mit ihnen wegen der Kirchen Ordnung zu beratschlagen diese warteten im Vorzimmer bis einer kam und sagte die Herren Prädikanten sollen hereintreten sie folgten alle bis auf einen der draußen blieb als dieser nun vermisst wurde ward ein anderer geschickt um ihn zu holen der wollte aber durchaus nicht hinein sondern sagte man hätte nur den Herren Prädikanten befohlen herein zu kommen er aber wäre kein Prädikant sondern nur Prädikrug wenn der Fürst den Prädikrugen würde hereinrufen lassen so würde das Erscheinen auch an ihm sein der Bote berichtete was der draußen gesagt hatte und der Fürst und andere dachten er wäre vielleicht verrückt im Kopf sie schickten deshalb zwei von seinen Kollegen zu ihm um zu sehen woran es dem Kerl mangelte die fragten ihn wie seine Worte zu verstehen wären und was sein Aberwitz zu bedeuten habe er antwortete es sind nur die Prädikanten begehrt worden nun ist keiner unter euch der nicht zumindest jährlich ein halbes Fuderwein zur Verfügung hat darum könnt ihr euch wohl auch als Prädikanten ausgeben ich aber habe nichts der gleichen sondern muss das Maul am Wasserkrug reiben und mich unter die Prädikrug rechnen was sollte ich denn bei euch tun wenn man meiner nicht begehrt mit diesem lächerlichen Schwank brachte es der Prädikrug zu Wege dass ihm der Fürst auch jährlich ein halbes Fuder Wein geben ließ und ihn so zum Prädikanten machte wegen der Erzählung dieser ihnen ohne dies sattsam bekannten Geschichte wurden die Calvinisten so verbittert dass sie die Zähne aufeinander bissen und den katholischen zum Spott das Ave Maria wieder einhellig zu singen anfingen jene erzürmten sich aber gar nicht darüber oder taten wenigstens so als wenn sie es nicht im geringsten verdrösse als diese aber ein wenig pausierten oder sich müde geschrien hatte sagte ein katholischer so ist es richtig ihr Herren so muss man die Mutter Gottes ehren wenn ihr so fort fahrt so ist gute Hoffnung zu haben ihr werdet will Gott gar bald katholisch werden was ehren sagte hierauf der stärkste unter den Calvinisten was wir bald katholisch werden und damit sprang der Phantast hinterm Tisch hervor stellte sich mitten in die Stube stützte die Hände in die beiden Seiten und müßt wissen dass wir euch nur foppen wenn wir das Lied singen weil ihr eine Windelwäscherin so hoch zu verehren euch bereden lasst dies verdross mich nicht wenig da ich erwog dass doch die Demut der aller ehrwürdigsten Jungfrau die für uns alle den Heiland der Welt geboren hat mehr verdient hätte als von einem solchen Pflege geschmäht zu werden wie auch dergleichen Lästerungen die Türken nicht ungestraft hingehen lassen was dachte ich solltest du von dessen Mutter übel reden von dem du glaubst dass er dich von Sünde Tod Teufel und Hölle erlöst die beiden katholischen aber steckten die Pfeife mit Seufzen und Geduld in den Sack sie taten auch weise daran denn man sah deutlich an den Minen der Kalvinisten dass sie Lust hatten den katholischen das Feld zu gerben wenn sie nur wenig mehr gesagt hätten das bewegte mein Mitleid und als der oben erwähnte Kerl nicht aufhörte der in alle Ewigkeit von allen Geschlechtern selig gepriesenen jungfräulich Mutter Hohn zu sprechen gab ich ihm eine so starke Maulschelle auf seine unbescheidene Gusche dass ihm vier Zähne davon entwurzelten und er selbst der Länge nach rücklinks zu Boden fiel es darf sich aber niemand darüber wundern dass dieser Streich von so kräftiger Wirkung war denn man nennt mich deswegen in meiner Heimat den starken michel weil ich die ohrfeigen so gewichtig und meisterlich austeilen kann alle anwesenden erschraken über diesen wunderbaren fall und hielten es nur deshalb für eine göttliche rache und warnung weil sie mich nicht sehen und deshalb nicht wissen konnten wer diesen streich versetzt hatte ich selbst aber hielt es deswegen für eine göttliche strafe weil Gott auch durch Sünder die Wahrheit zu reden und feinde durch die aller liederlichsten und geringsten Insekten zu strafen pflegt indes nun beide calvinisten und katholische ganz bestürzt da saßen raffte sich der Kerl der wie eine gestochene Sau blutete wieder auf und benahm sich so still und duldsam wie ein Schäflein ich maßte mir damals selbst an ich hätte einen erfolgreichen Präzeptor abgegeben da ich mit einem Streich sowohl erzogene Schüler machen könnte hätte man mich aber sehen können wie hätten mir die halbtrunkenen Bauern den Buckel abgerieben und mir das Schulmeistern eingeträngt in oder was was für ein Wunder sie daraus gemacht haben als sie feststellten dass ihnen der Wein aus den Krügen verschwunden war und sie haben sie haben haben Vielen Dank.